Und wer möchtest du sein? Frei nach George Bernard Shaw, der gesagt hat, im Leben geht es nicht darum, sich zu finden, sondern sich zu erschaffen. Hallo und herzlich willkommen. Über unseren heutigen Interviewgast freue ich mich ganz besonders. Er stand schon das ein oder andere Mal bei uns auf der Bühne, hat über seine Erfahrung als Schauspieler gesprochen. Er ist Teil unserer Speaker-Ausbildung und erklärt unseren Teilnehmern, wie man vor der Kamera und auch auf der Bühne so richtig performt und präsent ist. Viele, viele Menschen kennen ihn seit über 15 Jahren als bekannten Schauspieler bei RTL, ZDF und anderen Fernsehsendern. Was viele Menschen nicht wissen, dass er seit über 20 Jahren auch Coach ist. Ich freue mich sehr über das folgende Gespräch. Schön, dass du da bist, Francisco Medina. Vielen Dank. Francisco, was bist du jetzt? Schauspieler oder Coach? Oh Mann. Alexander, das ist so die Frage, die höre ich schon seit 20 Jahren. Und ich habe ja früher noch Regie gemacht und dann hieß es immer so, du musst dich mal entscheiden. Und ich habe irgendwann mal für mich entschieden, ich muss gar nichts. Hauptsache ich habe Spaß dran und die Leute, und es funktioniert für die Menschen. Insofern, ich kann das bis heute nicht wirklich definieren. Ich glaube, ich definiere mich auch nicht über die Berufe, sondern eher über die Tätigkeit. Ich schauspiele, ich coache für Regie. Wir werden viel über das Thema Coaching heute sprechen, weniger über das Thema Schauspiel, aber natürlich hängt das ganz eng zusammen. Du spielst seit 15 Jahren eine sehr bekannte Rolle bei RTL, bei Alles, was zählt. Für alle, die die Serie kennen, die wissen, welche Rolle das ist. Du spielst da eine Art, ist es ein Bösewicht, ist es jedenfalls einen sehr charakterstarken Menschen. Wie häufig wirst du auf der Straße angesprochen und die Leute denken, du bist wirklich so, wie du bist. Oder wie du dort in der Rolle bist. Ja, das passiert schon. Also ich spiele so einen Bösewicht mit großem Herzen, der aber so die fiesen Sachen machen muss. Und das macht großen Spaß. Wie häufig wirst du angesprochen auf der Straße? Also, immer wieder. Also es passiert schon. Aber ich finde das schön, weil weißt du, Alex, im Theater hast du diesen Vorgang, dass du am Schluss dich verbeugst. So als Dankeschön an die Zuschauer, dass sie zugeschaut haben. Und ich sage immer, auf der Straße das Autogramme geben, ist im Grunde um das Verbeugen der Bühne. Und das macht die Sache rund. Weil im Fernsehen ist ganz verrückt, viele Leute träumen davon, berühmt zu werden, Schauspieler zu werden. Und du gehst aber in so einen Kasten, in so einen Metallkasten, dann ist die ganze Zeit die Kamera auf dir. Und du drehst und drehst und drehst. Das ist sehr unglamourös, das Ganze. Und dann kommst du raus und du hast eigentlich gar kein Feedback. Und wenn dann die Leute auf der Straße kommen, ist das schön, weil du hast wie so ein Feedback sozusagen. Erzähl uns, wie wird man Schauspieler, wie wird man Coach? Ich weiß, du hast eine sehr bewegte Lebensgeschichte hinter dir. Erzähl uns ein bisschen, was war dein Weg zum Schauspieler? Boah, das ist so... Da müsste ich ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Aber du kannst gerne mal reingrätschen. Tatsächlich wollte ich eigentlich nie Schauspieler werden. Und auch Coaching war nie für mich eine Intention oder eine Idee. Ich sage immer, das Beste an mir sind meine Eltern. Oder ich habe großes Glück, ich habe in der Elternlotterie gewonnen, sage ich immer. Meine Eltern sind sehr wundervolle Menschen, die mich extrem lieben. Nicht, dass die nicht auch mal streng waren, aber grundsätzlich haben die mich mit sehr, sehr viel Großzügigkeit großgezogen. Und meine Eltern sind Regisseure, Schauspielerinnen. Das heißt, ich bin schon in diesem Kontext groß geworden, Theater. Und habe schon als kleiner Junge auf der Bühne gestanden, im Berliner Ensemble, so auf großen Bühnen. Habe so Kinderrollen gespielt. Und bin dann in der DDR entdeckt worden für Fernsehen. Da ist jemand gekommen in die Schule und die hat immer nach Kindern gesucht. Und dann fanden die mich irgendwie interessant. Da haben wir gefragt, willst du mitmachen? Und dann habe ich so vier Filme gemacht, so im Fernsehen, bis dann die Mauer gefallen ist. Und fand das eigentlich ganz schön, weil es im Grunde ein ganz natürlicher Trieb ist, zu spielen. Es geht ja gar nicht darum, irgendwas zu zeigen, sondern wirklich sich Dinge vorzustellen. Du musst das ein bisschen einordnen. Du bist in der DDR groß geworden, aber deine Eltern, du selbst sozusagen, man sieht es auch, haben chilenische Wurzeln. Deine Eltern sind Chilenen. Ja, also ich bin jetzt nicht aus Schweden. Meine Eltern sind aus Chile. Das ist ja dieses ganz schmale, lange Land sozusagen in Südamerika. Und ja, meine Eltern sind ganz, also ganz wundervolle Menschen. Also wenn ich da, also um so ein bisschen Kontext zu haben. Das Spannende bei meiner Familie ist, meine Mutter kommt aus einer sehr reichen Familie. Also wir haben wirklich so Minister in Chile, also wichtige Leute, wirklich viel Reichtum, viel. Jeder kennt meine Familie, mütterlicherseits. Und die Familie meines Vaters war Bettelarm. Das waren Tagelöhner, die von Dorf zu Dorf gezogen sind, weil die keine Bildung hatten. Also es gab auch nicht die Möglichkeit, so einfach mal Schule zu machen. Das hat viel Geld gekostet. Und die beiden sind auf die Schauspielschule gegangen, meine Eltern, haben sich dort kennengelernt, ineinander verliebt und haben Theater gemacht. Und dann gab es einen Putsch. Also 1973 gab es einen Diktator, der sozusagen gewaltsam die Demokratie zerstört hat, das an sich gezogen hat. Und meine Eltern haben damals beschlossen, so mit der Waffe die Demokratie zu verteidigen. Also da könnte ich jetzt sehr viel erzählen. Also an Widerstandskämpfer haben sie schon geflüchtet. Genau, die haben da wirklich versucht, sozusagen die Demokratie zu erhalten. War natürlich illusorisch gegen eine Armee sozusagen und mussten dann fliehen. Und die hatten damals die Möglichkeit, Italien, Frankreich oder die DDR. Und ich sage mal, warum die DDR? Wir hätten auch schönes Essen haben können. Aber meine Eltern waren damals total verliebt in Deutschland, weil die immer gesagt haben, das Land der Dichter und der Denker und vor allen Dingen das Land von Bertolt Brecht, Theater. Also Deutschland war in den 80er Jahren so das Land auf der Welt für Theaterkunst. Das war so Champions League. Und meine Eltern dachten, okay, Theater auf Weltklasseniveau, Goethe, Schiller, das muss das absolute Schlaraffenland sein. Wir gehen in die DDR. Und das hat sich natürlich ein bisschen anders herausgestellt dann. Ja, das heißt, deine Eltern durften aber trotzdem dort arbeiten in ihrem Fach. Und dadurch warst du automatisch sehr früh in Berührung mit dem ganzen Thema Schauspiel. Wie ging es dann weiter? Wie wurdest du zum Schauspieler? Du hast Kinderrollen gehabt, aber ich höre raus, so richtig als Schauspieler hast du dich, glaube ich, noch nicht gefühlt. Nee, ich wurde dann 13, die Mauer fiel. Das war auch spannend. Also wir sind zwischendurch nach Chile zurückgegangen vor dem Mauerfall für zwei, drei Jahre. Es gab eine Amnestie in Chile, die sozusagen erlaubt hat, meinen Eltern zurückzukommen. Und die sind zurück, aber es war im Grunde, es war ein Trick. Also der Diktator hat gesagt, alle dürfen zurück, niemand wird was passieren. Und das war so die Zeit, die mich mit am meisten geprägt hat, so in puncto Schmerz, sage ich mal. Warum das mal, ich mag das Wort Traumata nicht immer so gerne, aber ich könnte sagen Traumata, meine Eltern sind zurück. Und es ging relativ schnell so, dass die Geheimpolizei ziemlichen Druck auf meine Mutter ausgeübt hat. Und warum ich das erzähle, weil das sehr viel erklärt, warum ich Coach geworden und Schauspieler geworden bin. Also es war wirklich so, wir haben die ins Gefängnis gebracht und als Kind war das ganz schlimm für mich so. So wenn auf einmal so, die Mutter ist weg und wo ist die und du bist auf einmal... Ja, ich habe das mitbekommen. Also für mich war das wirklich eine sehr schwierige Zeit. Ich glaube, wir waren zwei, drei Jahre in Chile. Zum Schluss sind wir dann wieder weg. Also meine Eltern sind zurück, weil sie so, weißt du Alexander, sehr ähnlich wie das, was ihr bei Greater macht. Meine Eltern hatten immer den Traum, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Und sie haben gedacht, super, wir sind jetzt in Europa, die waren mega erfolgreich und die haben sich gedacht, wir nehmen jetzt das Wissen aus Europa mit nach Chile und wirken positiv ein, um ein kleiner Tropfen zu sein in der Verbesserung der Zustände. War natürlich überhaupt nicht möglich. Und ja, und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und dann, wie gesagt, sind wir dann wieder da raus, sozusagen sind zurück in die DDR. Der Mauerfall kam und ich habe, glaube ich, zwei Jahre nicht gesprochen. Das war so eine Zeit, also nach Chile, wo ich sehr in mich gekehrt war. Dann kam in meiner Jugend oder Pubertät viel, viel Wut hoch, so vor allem gegen Autoritäten. Sicherlich durch das, was ich erlebt hatte. Also ich bin ein paar Mal von der Schule geflogen. Hat mich sehr schwer damit, mich irgendwie einzuordnen. War sehr rebellisch, war so ein bisschen Punk. Also ich hatte keine gefärbten Haare, weil immer alle Fragen, gibt es ja Fotos. Nee, aber ich war schon sehr, sehr punkig und bin von den Schulen geflogen. Und ich hatte dann großes, großes Glück, weil die Lehrer immer zu mir gesagt haben, Francisco, das ist so schade mit Ihnen, weil Sie sind so klug, aber das wird kein gutes Ende mit Ihnen nehmen. Und ich hatte das Gefühl, dass Sie recht haben. Und ich bin dann wirklich über viele Umwege gleichzeitig ins Theaterspielen gekommen und ins Coaching. Das war wirklich wie so ein Geschenk, wie so ein Wunder. Und deswegen glaube ich auch sehr dran. Es war zum einen ein Ehepaar, Sie Psychologin. Woran glaubst du sehr? An Wunder. Also dass Wunder real sind, vor allen Dingen in Form von Menschen meistens. Und ich war 19, weiß ich noch. Und ich habe damals gedacht, Alex, ich werde Ehenversager sein. Da war ich vollkommen überzeugt davon. Ich komme aus einer sehr erfolgreichen Familie und ich dachte, ich bin das schwarze Schaf. Und ich dachte mir, ich werde es sowieso nie zu was bringen. Und ich dachte aber, wenn ich schon nicht erfolgreich werde und nie groß was erreichen werde, dann möchte ich zumindest etwas tun, was ich unendlich liebe und worin ich richtig, richtig gut bin. Das war mir immer wichtig. Und habe dann ein Jahr lang während des Abiturs ganz viel ausprobiert. Ich habe Gitarre gespielt in der Band, habe eine Schülerzeitung rausgebracht. Ich habe ganz, ganz, ganz viel gemacht und bin dann durch Umwege in der Schauspielerei gelandet, was ich eigentlich nicht wollte, weil meine Eltern das gemacht haben. Und im Coaching habe ich so Seminare gemacht. Und diese Kombination aus Schauspiel und Coaching mit 19 hat mich so radikal in meiner Verhaltensweise verändert und so radikal neue Sichtweisen reingebracht und ganz viel Verantwortlichkeit, dass ich auch immer gemerkt habe, nee, es liegt an mir, es liegt nicht an den blöden Lehrern und es liegt nicht an der blöden Vergangenheit, die vielleicht schwer war. Aber wenn ich heute scheiße bin zu anderen Menschen oder scheitere, dann liegt das zu 100 Prozent bei mir. Und das war für mich, wenn ich das noch sagen darf, das war für mich, als ob ich wieder Luft kriegen würde. Und ich erinnere mich noch genau, es gab diesen Moment, ich sage mal, es war der 1. Dezember 1996, ich war auf der Bühne und ich habe zum ersten Mal wieder richtig gefühlt und Luft bekommen. Und ich war wie so ein totes Kind nach Chile. Ich war sehr introvertiert, sehr in mich gekehrt und sehr wütend. Und auf einmal konnte ich diese ganze Wut, die in mir war, diesen ganzen Zorn über Chile und über alles, was passiert ist, ich konnte das richtig kanalisieren und positiv umsetzen. Und auf einmal kamen Leute und die haben gesagt, Mensch, du spielst ganz toll und dann kam das Fernsehen. Und das war der Moment, wo ich nur noch gedacht habe, bevor ich dich wieder fragen lasse, wo ich gedacht habe, lass nie wieder los. Lass nie wieder los. Hör nicht auf zu lernen. Halt dich jetzt daran fest und hauptsache lebendig. Du hast dann ganz viele Lehrer gehabt die Jahre danach. Du warst auf der Ernst Busch Schauspielschule. Das ist, glaube ich, so die, ja vielleicht weltweit, zumindest in meinem deutschsprachigen Raum, anerkannteste Schauspielschule. Ich habe es nicht auf die Ernst Busch geschafft, aber ich habe es auf die Patraschule geschafft, die auch eine sehr berühmte Schule ist. Aber ich bin später Lehrer geworden an der Ernst Busch. Ich weiß, was ganz witzig ist, weil die haben damals ganz knapp mich nicht genommen und dann bin ich später Professor geworden oder Lehrer. Ach, witzig. Du hast viele Lehrer gehabt, aber auch im Coaching-Bereich hast du viele Ausbildungen gemacht. Vor 20 Jahren hast du schon damit angefangen, von Tony Robbins, aber auch andere Lehrer aus Amerika, aber auch aus Deutschland. Wie wichtig war das für dich, sozusagen an die Hand genommen zu werden zum Thema Schauspiel und Coaching? Ich bin ja Wassermann und ich bin ja nicht so mit Sternzeichen, habe ich ja wenig Ahnung, aber irgendwann hat mir ein Ausbilder gesagt, du bist typisch Wassermann. Und das bedeutet wohl, dass ich Wissen aufsauge und das dann verstoffwechsel und mehr zu meinem mache. Das heißt, ich musste gar nicht mal groß an die Hand genommen werden, sondern ich war eigentlich immer so neugierig, habe geguckt, wo gibt es was, was ich noch nicht weiß. Und das Schöne an dem Schauspielberuf, der mit Coaching sehr, sehr viele Ähnlichkeiten hat, du musst dich ja eh mal ständig weiterbilden. Du musst irgendwelche Kampfsportarten lernen für die Rollen, du musst fremde Sprachen lernen. Das heißt, im Grunde in beiden Berufen liegt ja inne, sich immer zu erweitern und zu lernen. Und dadurch sind natürlich viele sehr unterschiedliche Ausbildungen zusammengekommen. Heute coachst du Schauspieler, Moderatoren, Profisportler, also nicht zum Thema Schauspiel, sondern tatsächlich eher Persönlichkeitsentwicklung, persönliches Coaching. Profisportler, Goldmedaillengewinner bei Olympia und so weiter, Deutsche, die du in längeren Zeitraum begleitet hast. Aber auch viele normale Menschen, hätte ich fast gesagt, sind Schauspieler und Profisportler auch, aber sozusagen auch die Personen von nebenan. Was bringst du den Menschen bei? Das ist eine spannende Frage, die ich ganz lange nicht beantworten konnte. Du stellst echt gute Fragen. Ich musste mich nie groß damit beschäftigen, zu erklären, was ich mache, weil ich meistens von Job zu Job gegangen bin. Aber tatsächlich, ich glaube, ich habe ja ursprünglich Philosophie studiert, also damals nach dem Abitur, für ein, zwei Jahre, bevor ich dann in die Ausbildung gegangen bin. Und wenn ich das so ein bisschen philosophischer beschreiben darf, im Grunde genommen, also Schauspielerei war für mich wie eine Therapie. Weil ich, was viele Menschen nicht wissen, die meisten Menschen glauben, Schauspielerei ist die Kunst, sich zu verstellen. Ach, der tut ja nur so. Aber Schauspielerei ist eigentlich die Kunst, einen Menschen zu begreifen und dieser Mensch zu werden. Anders zu denken, anders zu fühlen, sich anders zu verhalten und zwar so. Und das ist natürlich unfassbar wertvoll. Und diese Fähigkeit, sich in andere Menschen rein zu versetzen und dass du so machst und ein anderer Mensch bist, ist nichts anderes, was ich im Coaching mache. Und das ist sehr authentisch, weil dann Leute sagen, ja, aber verstellt man sich dann? Nein, weil im Grunde genommen, was ich immer sage, unsere Seele ist unendlich. Deine Seele, meine Seele oder ich würde sagen, wir haben eine Seele, aber unsere Persönlichkeit, das heißt, wie wir denken, was wir mögen, was wir nicht mögen, ob wir eifersüchtig sind, ob wir Bezug zu Geld haben oder ob wir Geld eher ablehnen. Das ist unsere Persönlichkeit. Und die ist wie ein Gebäude, die auf dem Grundstück unserer Seele steht. Und dieses Gebäude können wir komplett neu designen, einreißen oder manchmal auch nur renovieren, wenn das notwendig ist. Und als Schauspieler habe ich gelernt, ich habe gedacht, das ist ja verrückt, Alex. Einfaches Beispiel, ich habe Rogoschin gespielt von Dostoyevsky. Und Rogoschin ist so ein Mann, der liebt seine Frau und der ist zerfressen, der ist zerfressen von Eifersucht. Der bringt die dann auch um. Seine Frau wegen nichts. Und ich bin grundsätzlich ein relativ uneifersüchtiger Mensch. Und bei dem ist mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass dieser Zorn und dieser Hass und diese Getriebenheit, dass ich so machen konnte. Ich war in der Figur drin und es war real. Es war wirklich real, dass ich Hassgefühle und Gelüste hatte, die zu töten und die zu lieben gleichzeitig. Und da dachte ich, das ist ja verrückt, dass man so macht und das ist so real. Dass die Gefühle, die Gedanken, da habe ich gedacht, könnte man das nicht auch im normalen Leben machen? Und tatsächlich kann man das. Hoffentlich in anderen Rollen. In anderen Rollen, genau. Aber auch rückwärts sozusagen. Und im Grunde mache ich nichts anderes. Also die Frage, um die einfach zu beantworten, ich beschäftige mich sehr mit der Identität. Ich beschäftige mich sehr mit, wer bist du? Wer bist du wirklich? Und wer möchtest du sein? Frei nach George Bernard Shaw, der gesagt hat, im Leben geht es nicht darum, sich zu finden, sondern sich zu erschaffen. Oh, spannend. Und ich glaube nicht, dass wir... Was ist der Unterschied zwischen sich zu erfinden und sich zu finden? Weil das ist ja das, was häufig gesagt wird, finde dich selbst, finde dein wahres Potenzial, was auch immer. Was ist der Unterschied zwischen sich finden und sich erschaffen? Ja, das Potenzial ist unendlich. Der Unterschied ist folgender. Finden würde der Annahme zugrunde liegen, dass es da einen Menschen gibt, den ich nur finden muss, der ich bin. Und das ist ja nicht so. Das wirst du ja selber wissen und jeder, der auch zuschaut. Wenn wir jung sind, haben wir ganz andere Bedürfnisse, zum Teil auch andere Persönlichkeitszüge, als wenn wir 40 sind und wenn wir 80 sind. Weil wir uns verändern. Das heißt, wir können uns verändern. Unser Kern, wer wir sind, also wenn du und ich, wenn wir uns mit 80 Jahren in die Augen schauen, das Gefühl wird genau das Gleiche sein. Aber die Art, wie wir Dinge sehen, die Art, was wir gut finden, was wir nicht gut finden, kann sich radikal verändern. Ein einfaches Beispiel bei mir ist, vom Punk, der Geld absolut ablehnt und der Verantwortung absolut ablehnt, zu einem Menschen, der zumindest immer mehr trainiert, Verantwortung zu leben. So kannst du es erklären. Also Menschsein ist eher ein kreativer Prozess, als ein Findungsprozess. Die Menschen, die zu dir kommen, in deinen Coaching-Programmen, die du seit einigen Jahren machst, ich hätte es am liebsten gefragt, wonach suchen die? Vielleicht tun sie das ja noch. Und da stellen wir mal, also die Frage, vielleicht suchen die zum Teil noch? Oder was stellst du fest und in welchen Identitäten sind sie gefangen? Wir wissen da draußen, wir haben große Herausforderungen, wir haben Unsicherheiten. Ich will jetzt gar nicht alles aufzählen. Wir merken aber, dass das Thema Überforderungen, die Herausforderungen, die das Leben an uns stellt, die immer schneller werdende Welt, die Anforderungen, die von außen an uns herangetragen werden, von der Gesellschaft, von unterschiedlichen Dingen werden immer größer. Depression, Burnout, Herausforderungen, nachweislich sozusagen steigen die Zahlen. Was ist das, was die Menschen im Kern beschäftigt? Das ist so eine wunderbare Frage, die du stellst, die so vielschichtig zu beantworten ist. Aber wenn ich mal anfange mit einem Zitat von meinem Lieblingsgeschichtenerzähler, dessen Name mir gerade nicht einfällt, hier der ganz Berühmte, der die Vorlage gegeben hat, Hero's Journey für Star Wars. Joseph Campbell, vielen Dank. Und Joseph Campbell sagt, die meisten Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens. Und dabei suchen sie eigentlich, ohne es zu wissen, nach einer Erfahrung von Lebendigkeit. Und es gibt ja immer nur zwei Gründe, warum Menschen sich verändern. Und der erste Grund ist, entweder ist das Leben so unerträglich, so schmerzhaft, so schlimm, dass ich es nicht mehr aushalte, ich sage, ich halte es nicht mehr aus, ich verändere mich, ich mache das jetzt. Ähnlich, was Tony sagt. So Tony Robbins, der sagt wirklich so, not a minute, not a second, now. Und also entweder hast du einen sehr großen Leidensdruck, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt ab oder ich nehme meine Eifersucht in den Griff oder meine Ängste oder was auch immer du für Probleme hast, lerne sozusagen, was ich lernen muss. Oder was die wenigsten Menschen machen, ist, dass sie gezogen werden von einer Vision. Dass sie wirklich etwas haben, wofür sie morgens gerne aufstehen, wofür sie sich verändern müssen. So, und ich habe verstanden irgendwann mal, dass es weniger Schmerz in sich birgt, wenn du eine Vision hast, weil du nicht erst mal wartest, bis alles ganz schlimm ist, also wie so eine heiße Herdplatte, du wartest, bis der Boden ganz heiß wird und dann bewegen sich die meisten Leute aber nur einen Schritt weiter. Und dann wird es wieder heiß, dann bewegen sie sich nur einen Schritt weiter. Und ich habe festgestellt, dass es leichter ist, etwas zu haben, wofür du morgens aufstehst. Und die Menschen, die zu mir kommen, kommen aus beiden Kategorien. So Leute, die entweder sehr erfolgreich sein wollen, die eine Weltmeisterschaft gewinnen wollen oder berühmte Schauspieler sein wollen oder Unternehmer oder wie auch immer. Also Leute, die hungrig sind, die sagen, ich will mehr. Und natürlich aber auch sehr, sehr viele Menschen, was aber ganz normal ist, wie du sagst, in der heutigen Zeit, die ihre Bedürfnisse nicht befriedigt bekommen, die nicht an sich glauben, die eine Frage über sich haben, die zerstörte Beziehungen haben und so weiter und so fort. Von wem hast du gelernt über die letzten 20 Jahre? Wer waren so deine wichtigsten Mentoren auf deinem Weg? Ja, ich hatte echt großes Glück. Also natürlich allen voran meine Eltern, die sehr, sehr klug und sehr weise sind. Und es gab Menschen wie Stefan und Maria, bei denen ich viele, viele Jahre war. Das sind zwei ganz vortreffliche Psychologen und Soziologen, die haben in New York studiert bei Albert Ellis. Albert Ellis ist so einer der berühmtesten Psychologen, die gelebt haben. Der ist der Begründer der rationalen, emotiven Therapie. Daraus wurde das rational-emotive Coaching entwickelt. Ich habe, glaube ich, gut zehn Jahre mit den beiden verbracht. Ich habe viele, viele Jahre für Bernie, Bernard Hiller. Das ist ein Coach, der in den USA DiCaprio coacht. Mit Ed Pacino hat er gearbeitet. Lionel Richie, L.L. Cool. Und ganz, ganz, ganz viele, so wirklich ganz viele ... Du durftest teilweise mit denen auch arbeiten, habe ich gehört. Du durftest teilweise auch mit denen arbeiten. Ja, ich war lange Jahre seine rechte Hand. Ich glaube, so sechs, sieben Jahre oder acht. Ganz fasziniert. Und wir haben so ganz Europa bereist. Wir haben unterrichtet in Spanien, Italien, London, Paris, L.A., viel New York. Und da hatte ich das große Glück, dass ich viele Superstars kennenlernen durfte. Viele Regisseure, auch Produzenten, so Oscar-Preisträger. Und das war sehr faszinierend, weil diese Menschen eher in das Spektrum fallen hungrig. Und wirklich auf einem sehr hohen Performance-Niveau arbeiten. Und da konnte ich sehr viel klauen. Ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht, so eine NLP-Ausbildung, Systemik. Tony Robbins? Tony Robbins habe ich gemacht, genau, über ein paar Jahre. Ja, ein wichtiger Mentor von dir. Ja, spannend. Was ist es, was die großen, erfolgreichen Schauspieler, Sportler, ist man überrascht, was man erfährt, was die sozusagen beschäftigt? Welche Identitäten sozusagen die noch haben, die sie, oder sind das am Ende des Tages die gleichen Themen, die uns auch beschäftigen? Supergeile Frage, Alex. Also ich bin so happy, dass du dir das stellst, weil das war für mich eine der krassesten Erkenntnisse, als ich dann diese Mega-Mega-Megastars kennenlernen durfte, dass die exakt, exakt das gleiche Problem haben wie alle anderen auch. Und dass sie eine Frage über sich haben. Das, was Alice sagt, Alice sagt ja, es gibt sowas wie, also was Alice propagiert, und das ist der Hauptaspekt meiner Arbeit, ist zu schauen, was für eine Identität hast du in deiner Kindheit entwickelt. Und ein sehr prägnanter Gedanke, den viele Menschen haben, ist sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin zu schwach, ich bin machtlos, ich gehöre nicht dazu. Ja, das sind so Gedanken, die wahrscheinlich viele Menschen kennen werden. Und das Verrückte ist, dass Alice das beschreibt, und wie gesagt, ich habe mich ja viel damit beschäftigt, dass wir alle so einen Gedanken haben, nur bei diesen Menschen, die super, mega erfolgreich sind, ist der Gedanke sehr klein gedrückt, aber er ist trotzdem noch da. Die haben durch die vielen Erfolge, und das wirst du wahrscheinlich auch kennen von dir und von vielen Leuten, mit denen du gearbeitet hast, die sehr erfolgreich sind, die haben den Gedanken wie klein gedrückt, aber er ist irgendwo noch da. Ja, und das wurde sehr klar, als ich mit Frank Stäbler gearbeitet habe, als er zum dritten Mal Weltmeister wurde. Welche Sportart ist das? Ring, der ist im Ring Weltmeister geworden, olympische Bronzemedaille, und bei dem, das ist, wenn du den kennenlernst, das ist so eine Frohnatur, der ist fröhlich, der ist diszipliniert, ist eine unfassbare Persönlichkeit, bei dem würdest du niemals denken, dass der irgendwie schlecht über sich denkt. Und doch gab es einen Moment, wo wir herausgefunden haben, was sein Dämon war, und als wir den herausgefunden haben und den transformiert haben und er ihn loslassen konnte, hat er gesagt, ich bin noch nie so leicht Weltmeister geworden wie nach dieser Arbeit. Und das war für mich so eine Bereicherung zu sehen, boah, das funktioniert, was ich mache. Und du hattest mal gefragt nach den tollen Leuten. Also wie gesagt, wir haben alle eine Frage über uns selber, und es ist aber möglich, diese Frage aufzulösen. Welche Frage hast du über dich? Den Gedanken, den ich lange über mich hatte, und manchmal taucht er noch auf, aber immer seltener, ist so etwas wie, ich bin nicht wichtig genug, ich bin wertlos, ich bin hässlich, war ein ganz langer Gedanke, der mich sehr, sehr begleitet hat. Ich bin hässlich. Ich bin hässlich, ja, ja, ich bin früher nicht vor die Tür gegangen. Ich glaube, bei RTL bist du der Frauenschwarm, also schon spannend, was man bei sich für Gedanken dann findet. Ja, aber verrückt, ne? Also wenn ich Leuten das sage, dann sage ich immer, ist ja verrückt. Und das Verrückte an diesem negativen Gedanken ist, du versuchst ja immer, ich habe einen Professor, den habe ich lange nicht mal gecoacht, wahrscheinlich, weil es sehr gut funktioniert, hoffentlich. Und der hat, ganz verrückt, ist ein sehr kluger Mann, sehr intelligent, hat schon viel geschrieben, viele Rezensionen, und sein tiefster, innerster, hässlichster Gedanke ist, ich bin dumm. Und was der natürlich dann macht, so, was viele dann machen, ist so, ich muss nur klug sein, ich muss nur lesen, ich muss mich nur weiterbilden. Und dann habe ich gesagt, ey, aber du hast jetzt hier, du bist eine Koryphäe, du bist, in Deutschland ist, ist ja jemand, ja, so in seinem Fachgebiet. Und er so, habe ich mir alles angelesen. Das kann jeder. Ich bin eigentlich dumm. Und das ist so verrückt. Also im Grunde genommen, wenn du hast, so wie ich, früher, ich bin unwichtig, ich habe mich sehr ungeliebt gefühlt. Es ist ja kein Zufall, dass ich Schauspieler werde, weil ich irgendwie will, dass man mich sieht und dass ich irgendwie Einfluss habe. Ist das so, dass die eigene Identität, also auch den Mangel, den ich in meiner Identität habe, wie ich bin eigentlich nicht klug, plötzlich bin ich Professor, der Beste in meinem Fach, du sagst, ich sehe nicht gut aus, ich bin hässlich, plus ich bin nicht wichtig, bist plötzlich Frauenschwarm, 15 Jahre in einer RTL-Sendung und bekommst sehr viel Aufmerksamkeit. Ist unsere größte Schwäche häufig dann unsere größte Stärke? Das ist so genial, was du sagst. Und das ist so. Aber es ist polar. Also das Leben ist ja meistens in Polaritäten aufgestellt. Das heißt, gut und schlecht, richtig und falsch. Und du kannst dir das so vorstellen. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal ein kleines Mädchen, elf Jahre alt, hat in Mathe immer Fünfen und Vieren. Und die Eltern so, Mensch, das muss aber besser. So, ne, ja, okay. Kommt eines Tages nach Hause und sagt, Mama, Mama, Mama oder Papa, ich habe eine Zwei in Mathe, ich habe eine Zwei. Und die Mutter sagt, ist ja ganz schön, bring mal den Müll raus. Wenn Kinder sowas erleben, dann suchen sie meistens den Fehler bei sich. Die denken nicht, wahrscheinlich hatte Mama einen schlechten Tag oder Papa, geht es nicht so gut. Sondern die nehmen das persönlich, denken, es liegt an mir. Und während sie den Müll rausbringt, denkt sie wahrscheinlich, hat sie möglicherweise sowas gedacht wie, würde ich eine Eins holen, dann wäre Mama glücklich. Und so fängt das an. Und dann lernt die und lernt die und lernt die und lernt die. Und holt vielleicht sogar eine Eins, bumm, ein paar Wochen später. Und weil Mama aber gut drauf ist, wird sie gestreichelt, in den Arm genommen und sie lernt es. Ah, ich muss nur gut sein, weil ich bin nicht gut genug. Und was passiert bei so einem Satz ist, es können zwei Dinge passieren. Wenn du gerade zuschaust und du entdeckst das gerade bei dir, diesen Satz oder diesen hässlichen Gedanken. Entweder du resignierst und du hast sowas wie, ich bin halt nicht gut genug und ich werde nie gut genug sein. Und beweist das dann auch? Genau. Und da bist du eher so jemand, der durchs Leben geht so mit, ich kriege das halt nicht hin, ich schaffe das nicht. Und tut mir leid, ich bin halt zu dumm oder nicht liebenswert genug. Entweder du resignierst, das machen auch einige Menschen. Das ist der Grund, warum Leute auch depressiv werden, weil sie resignieren. Oder was eher die Majorität macht, also die Mehrheit ist, die geht eher, nein, ich schaffe das. Ich beweist mir, dass ich gut genug bin. Ich werde nur fleißiger, ich muss mehr machen. Und dieser Dämon, es gibt sieben Stück davon, der sorgt dafür, dass er meistens ein Motor wird bei den meisten Menschen, wie du das gerade gesagt hast. Das ist zwar gut, weil wir uns viele Fähigkeiten aneignen, wie Disziplin. Zum Beispiel ganz interessant, so hat man Comedian gecoacht und Comedians haben manchmal sowas wie, ich bin nicht beliebt oder ich bin nicht liebenswert. Warum glaubst du, und das muss man ganz vorsichtig sagen, das gilt nicht für alle Menschen, das darf man nicht pauschalisieren. Aber bei ihm war es zum Beispiel so, wenn ich Leute zum Lachen bringe, dann lieben die mich. Also es ist ein vortrefflicher Comedian geworden. Jetzt nagt er aber immer in seinem Bewusstsein, die mögen mich ja nur, weil ich die zum Lachen bringe. Aber würde ich die nicht zum Lachen bringen, würden die mich gar nicht mögen. Wenn man dann eine Tourneepause hat oder während Covid nicht spielen kann, dann kommt das Knüppeldicke. Dann kommt das Knüppeldicke und das ist das Ding. Und was Leute in der Arbeit meistens dann haben, ist ganz interessant, die Kunden, mit denen ich arbeite, die halten meistens an diesem Dämon fest, weil die sagen, aber der hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Ich kann deswegen Leute zum Lachen bringen oder ich bin fleißig oder ich bin klug geworden oder ich kann entertainen oder was auch immer. Und denen dann zu erklären, die Fähigkeiten, die du erlernt hast, verlierst du nicht. Es kommt nur noch mehr dazu, nämlich so ein innerer Frieden. Wie machst du das? Wie arbeitest du mit Menschen, wenn Menschen in deinem Coachingprogramm sind? Also du begleitest ja Menschen über sozusagen mehrere Monate hin zur neuen Identität oder wie würdest du es beschreiben? Genau, im Grunde um zur neuen Identität, zum inneren Frieden, zur Selbstliebe, zur Selbstannahme. Ich mache das über drei Wege und das ist da, wo die Schauspielerei mit reinkommt. Ich habe irgendwann mal festgestellt, wenn man mit Menschen nur kognitiv arbeitet, also nur gedanklich, so von wegen, wie geht es dir da? Wie fühlst du dich? Das bringt schon was. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen zu mir kommen, die in psychologischer Betreuung waren. Und nichts gegen Psychologen, die sind sehr wertvoll, die sind sehr wichtig, die machen auch einen ganz anderen Job. Aber zu mir kommen viele Leute, die sagen, ich weiß schon, was mein Problem ist, aber ich kriege es nicht geändert. Sie haben eigentlich schon verstanden und dann reicht nicht aus, dass du nur kognitiv arbeitest, sondern du musst auch emotional und vielleicht auch teilweise ein bisschen körperlich arbeiten. Und das ist mir aufgefallen in der Schauspielerei, dass ich gedacht habe, wieso kann ich es so machen und ich bin ein Mensch, der super eifersüchtig ist? Oder wieso kann ich es so machen und ich bin ein Mensch, der unfassbar an sich selber glaubt und gar keine Frage über sich hat, weil ich das Denken, das Fühlen und meinen Körper gleichzeitig mitnehme. Und in der Arbeit, das ist ein Prozess, wie wenn man Sport macht, du kennst das ja, es ist ein Prozess, bei dem alle drei Prozesse gleichzeitig nach vorne gebracht werden. Und dann geht die Veränderung leichter, schneller und macht sogar mehr Spaß. Das heißt, ich arbeite sehr emotional mit denen, ich arbeite sehr kognitiv, sehr sachlich, habe auch wissenschaftliche Modelle, die ich reinbringe. Dann gibt es immer wieder körperliche Aspekte, die ich reinbringe und das sorgt dafür, dass es viel, viel schneller geht. Du hast jetzt mehrfach gesagt, dass es im Schauspiel und dann auch im Coaching manchmal nur so einen Schnips braucht und schon ist man in der Identität drin. Geht es so leicht, sein Leben zu verändern? Wenn dir schon viele Menschen zu, ich persönlich kann aus eigener Erfahrung sprechen, man hat manchmal harte Identitäten, harte Herausforderungen, wo man einfach die Veränderung nicht hinbekommt. Was machst du, dass das leicht geht? Das ist echt eine geile Frage und ich glaube, die Antwort ist, und das wird jeder kennen, das ist eine echte Entscheidung. Und jeder wird das kennen, dass es Momente in seinem Leben gab, wo er gesagt hat, das endet jetzt. Das mache ich keine Sekunde mehr mit. Und das sind Momente, wo du wirklich eine Entscheidung triffst. Und der Vorteil an der Schauspielerei, wo wir so machen, ist, dass es natürlich ein sehr spielerischer Rahmen ist, wo ich entscheide, ich bin jetzt Hamlet oder ich bin jetzt Maximilian von Altenburg oder wie auch immer. Und das ist natürlich nicht belastet mit irgendwelchen Repressalien. Im Leben hat es natürlich andere Konsequenzen. Und ich glaube, der Vorteil oder wie es möglich ist, Menschen in einen Zustand zu bringen, wo ihnen, das ist die Antwort, wo ihnen bewusst wird, was es sie kostet, wenn sie nicht diese Entscheidung treffen. Einfaches Beispiel, jeder kennt das, dass er sagt, ich will abnehmen und Sport machen, mich besser ernähren. Aber du siehst sehr genau bei denen, wo es eine echte Entscheidung ist und bei denen, wo es nur ein Wunsch oder ein Gedanke ist oder eine Idee. Und der Unterschied bei einer echten Entscheidung ist, dass du das durchziehen wirst, no matter what. Und an diesem Punkt müsstest du kommen, im Grunde genommen. Ich hatte auch schon das Vergnügen, von dir gecoacht zu werden. Und du hast mir mal die Frage gestellt, die habe ich auch vorher schon mal gehört gehabt, ich glaube, das ist eine sehr beliebte Frage im Coaching. Ein Zustand, in dem du dich nicht wohlfühlst, irgendeine Herausforderung, stellst du die Frage, was gibt dir das gerade, das zu haben? Also welchen Vorteil hast du im Leben? Warum ist das so eine entlarvende Frage für Menschen, die gerade irgendein Leid haben? Ja, weil im Grunde genommen, und da kommen wir wieder zurück auf das, was hier am Anfang gesagt wurde, da könnte mir der Vogel aus dem Kopf liegen, wo mir klar geworden ist, wie wichtig dieses Prinzip Verantwortung ist. Im Übrigen, was ganz spannend ist, du kannst Verantwortung nicht übernehmen, und du kannst Verantwortung nicht abgeben, was ja einige glauben. Du bist immer verantwortlich. Du bist immer verantwortlich für das, wie du mit dem umgehst, was in deinem Leben passiert. Und Verantwortung abgeben ist einfach nicht nur ein Ausdruck von, dass du eher dich dem Leben entziehen möchtest. Und wenn du dieses Prinzip annimmst, weil es ist erstmal nur ein Prinzip, dann könntest du dich immer auf den Standpunkt stellen und obacht, das ist jetzt ein sehr konfrontierender Standpunkt, den ich jetzt äußern werde, dass dein Verhalten logischerweise immer was mit dir zu tun hat. Und, oh Gott, wie finde ich die Kohle? Lass mich mal kurz ein Blick. Menschen fällt es schwer, sich zu ändern, weil sie meistens an dem festhalten, was ihnen nicht gut tut, weil ihnen das eine Sicherheit gibt. Und der erste Schritt, wirklich aus einer schwierigen Situation rauszukommen, ist, sich immer die Frage zu stellen, die sehr konfrontierend und herausfordernd ist, was ist gut daran, an dem, was gerade so furchtbar ist in meinem Leben? Und die offensichtlichen Dinge, die fallen einem auf, die nicht gut sind, wie kann man so eine Frage stellen? Exakt, genau. Du hast von den sieben Dämonen gesprochen. Wir müssen jetzt nicht in alle Reihen gehen, aber kannst du noch ein paar Beispiele nennen, was so klassische Glaubenssätze sind, Grundfragen, die wir in uns haben, die wir als Kind entwickeln? Ein spannendes Beispiel ist, ich habe eine Kundin, die hat fast 70 Kilo abgenommen. Und in der Arbeit haben wir herausgefunden, der zentrale Satz in ihrem Leben ist, ich bin unwichtig. Ähnlich wie bei mir übrigens, aber anders. Das ist auch ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass nicht jeder, der diesen Satz hat, dann immer gleich ist. Und bei ihr ist es zum Beispiel so, dass sie den Satz sagt, ich bin unwichtig, die Eltern waren selten für sie da oder es gab da viel Einsamkeit auf ihrer Seite als Kind. Die Mutter war, glaube ich, auch fast gar nicht präsent. Und Menschen, die zum Beispiel den Gedanken haben, ich bin nicht wichtig, können dazu tendieren, dass sie sich gewichtig machen, damit sie gesehen werden. Unbewusst. Es ist ja nicht so, dass du dick werden willst, aber, und nochmal, das gilt nicht für alle Dicken oder für alle Menschen, die übergewichtig sind, aber bei ihr war das zum Beispiel so, durch den Satz, ich bin unwichtig, hat sie sich gewichtig gemacht. Unbewusst. Dadurch war sie sichtbarer und sie hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Und auf einmal war die Mama da und hat sie zum Arzt gebracht, weil sie sehr dick geworden ist und sie bekam sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Das heißt, sie hat verknüpft, oh, wenn ich dick bin, bekomme ich viel Liebe, viel Aufmerksamkeit. Weil Kinder lernen, Aufmerksamkeit ist Liebe. Das wollen wir ganz viel. Das wirst du von deinen drei Kindern sehr gut kennen, wahrscheinlich. Und jetzt ist es so, sie hat, bevor sie mich kennengelernt hat, ganz viel ausprobiert. Ganz viel Sport, ganz viel Abnehmen, gesund essen, hat alles ausprobiert und hat aber immer Jojo. Jojo, 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 Jojo. Sie hat jetzt schon seit zweieinhalb, drei Jahren 70 Kilo abgenommen und hält das auch ziemlich gut. Also macht auch immer weiter. Ist schon jetzt bei ihrem Traumgewicht angekommen. Im Moment kannst du es dir so vorstellen, also das Modell, was ich verwende und das kommt von Alice und aber auch aus dem kontextuellen Coaching von Stefan und Maria. Jeder kennt so dieses Eisbergmodell. Es wird ja sehr viel benutzt. Und so wie es zum Beispiel im kontextuellen Coaching benutzt wird, ist es so, dass du oben, was über dem Wasser ist, nennt man die Inhaltsebene. Ja, das ist die Ebene, wo alle Ergebnisse sind. Wie viel wiege ich, wie ist mein Kontostand, meine Körpergröße, also alles, was messbar ist. Und unter dem Wasser, was den größeren Teil des Eisberges macht, sind deine ganze Gefühlswelt, deine Gedankenwelt, alles, was du fühlst, alles, was du denkst, deine innersten Überzeugungen. Und wenn man so einen Eisberg schon mal gesehen hat, sehr beeindruckend, dann ist so 12, 15 Prozent ist über dem Wasser und dann über 80 Prozent unter dem Wasser. Das heißt, was viel, viel entscheidender ist, ist sozusagen herauszufinden, was denke und fühle ich, als was tue ich. Und die meisten Menschen, die zu mir kommen, sagen, was kann ich tun, um glücklich zu werden? Oder was kann ich tun, zum Beispiel bei den Sportlern, um Weltmeister zu werden? Und ich sage, es gibt eine viel spannendere Antwort, als was kann ich tun? Und die spannendere Frage ist, zu wem muss ich werden? Und das ist sehr ähnlich, was auch Tony Robbins zum Beispiel macht. Das ist genau das Gleiche, der im Grunde genommen sagt, das Schöne am Wachsen und als Mensch sich zu verändern und sich zu entwickeln, ist im Grunde genommen die Ergebnisse, die einem im Grunde mehr oder weniger zufliegen. Und wenn du dir das als Modell vorstellst, nehmen wir mal an, du bist hier und du bist ein Mensch, der irgendwie gerade nicht sonderlich sich selber liebt oder glaubt und du hast hier ein Ziel, wo du hin willst, die schöne Partnerschaft oder 70 Kilo abnehmen oder was auch immer das Ziel ist, dann suchen die meisten Menschen diesen Weg. Und dieser Weg ist, was kann ich tun? Und was ich meine ist, der schnellere Weg, die Abkürzung, den viele suchen, ist, zu wem muss ich werden? Und wenn du siehst, dieser Weg ist scheinbar länger und trotzdem ist er kürzer. Und was ich damit meine ist, was für ein Mensch müsste ich sein, um eine glückliche Partnerschaft zu führen? Was für ein Mensch müsste ich sein, dass es mir leicht fällt, vital und einen gesunden Körper zu haben? Was für ein Mensch müsste ich sein, der gerne lernt, der gerne sich weiter... Da fällt da Albert Einstein ein, ein Problem wird nicht auf der Ebene gelöst, wo es entstanden ist. Gibt es da einen Zusammenhang? Ganz genau, ganz genau. Und das ist genau das, was Tony Robbins macht und auch was meine Lehrer machen. Und um sozusagen die Parataxe zu schließen und wieder auf die Kunde mit den 70 Kilogramm zu kommen, mit dem Eisberg-Modell, jedes Ergebnis oben, also egal, ob es deine Körpergröße ist, dein Kontostand oder deine Beziehung, alles was... Nicht Körpergröße, Körpergewicht meinst du, glaube ich. Dein Körpergewicht in dem Fall, genau. Ist immer gekoppelt an eine Überzeugung. Und bei ihr war halt die Überzeugung, ich bin unwichtig. Und jetzt kann sie da oben machen, was sie will, sie wird immer wieder Jojo erleben, weil sie im Grunde genommen unten die Überzeugung nicht geändert hat. Und das erleben ganz, ganz viele Menschen. Bei ihr war es zum Beispiel so total... Und das konntest du dann ja lösen und jetzt hält sie, sagst du so. Genau. Und ein Klassiker ist zum Beispiel, dass sie gesagt hat, ich habe vor dir wirklich viel Sport gemacht, alles Mögliche getan und dann habe ich auch abgenommen. Aber nach sechs Wochen, wo ich irgendwie schlanker war, habe ich mich trotzdem noch so unwichtig gefühlt wie mein ganzes Leben lang. Auf einmal wurde ich schlanker, weil ich wollte mal Männer kennenlernen und dass Männer auf mich aufmerksam werden und dass ich weniger Ärzte Rechnung bezahlen muss und dass ich mich vitaler fühle und besser schlafe. Und nach sechs Wochen, ich habe zwar besser geschlafen und die Männer wurden noch aufmerksam auf mich, aber trotzdem war da immer noch dieses Gefühl von, ich bin eh unwichtig. Und deswegen passiert wieder Jojo, weil im Grunde genommen diese Sinnlosigkeit wieder eintritt und Menschen sagen, dann ist das egal, was ich tue. Und erst als wir unten herausgefunden haben, das, was du denkst, du denkst, du bist unwichtig und dir das klar wurde und sie das verstanden hat und woher kommt das und da war ich acht Jahre alt und da hatte ich dieses Erlebnis mit Mama und dann mit 14 in der Schule wurde ich gemobbt. Als sie das begriffen hat und sie das sozusagen emotional, kognitiv verändern und auflösen konnte, das ist total verrückt, fing sie an, von alleine abzunehmen. Und das ist das Faszinierende an der Arbeit. Wenn du wirklich eine Überzeugung änderst, passieren wie Wunder, und das passiert jedes Mal in der Arbeit, Ergebnisse wie von alleine. Die Erfahrung, die ich mache, wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich mit Menschen spreche, viele wissen, was ihnen heute nicht gefällt. Also in dem Fall meinetwegen die eigene Körpergröße oder Körpergewicht oder der Job oder der Partner oder der Nachbar, der nervt, der Kontostand. Aber sie wissen häufig gar nicht, wo sie hinwollen. Genau. Also welche Identität, was sie sein wollen. Genau. Woran liegt das, dass so viele Menschen nicht wissen, was sie eigentlich wollen und vor allen Dingen, wie können sie das für sich herausfinden? Es ist ganz einfach. Also sicherlich gibt es noch mehr Antworten, aber die zwei Antworten, die mir sofort einfallen, ist zum einen, wir leben nicht in einer Gesellschaft, die darauf trainiert ist, das siehst du in der Schule, dass wir uns damit beschäftigen, was liebe ich und wovon kriege ich nicht genug und was mache ich gerne und wo sind meine Talente. Das wird einfach mal nicht gefördert. Und zum Zweiten, das ist ganz einfache Psychologie, ganz einfaches psychologisches Einmaleins. Ich als Francisco habe als Kind panische Angst vor Spinnen gehabt. In Chile gibt es diese ganz haarigen Spinnen, diese ganz dicken. Und ich liebe Eiscreme. Ändert sich gerade, weil ich gerade meine Identität auch in der Hinsicht ändere. So, wenn du dem kleinen Francisco, hier ist Eiscreme und hier ist eine haarige chilenische Spinne, wenn du dem kleinen Francisco das gezeigt hättest, was glaubst du, wo würde der Francisco hingucken? Zur Eiscreme oder zur Spinne? Zur Eiscreme. Er würde zur Spinne gucken. Weil Menschen wollen immer eher Schmerz vermeiden. So ist unser Gehirn aufgebaut. Unser Verstand muss negativ sein. Das ist total faszinierend, weil deswegen bin ich so ein Gegner von Positive Vibes und Think Positive. Weil unser Verstand, der hier vorne im Neocortex-Cortex sitzt, unser Abstraktionsvermögen, hat eine Aufgabe. Und die Aufgabe des Verstandes ist dafür zu sorgen, dass wir nicht sterben. Und deswegen muss dieser Verstand sehr negativ denken. Sprich die Frau nicht an, du könntest einen Korb kriegen. Also das klingt jetzt nicht nach Sterben, aber es fühlt sich an wie Sterben. Das heißt, der Verstand will uns immer klein machen, damit wir sicher sind. Und das Problem daran ist, dass wir immer eher Schmerz vermeiden wollen. Und das ist uns gar nicht bewusst. Und deswegen beschäftigen sich die meisten Menschen eher mit, oh Gott, wie zahle ich die Miete? Hoffentlich verlässt sie mich nicht oder hoffentlich verlässt er mich nicht. Hoffentlich verliegt mein Job nicht. Hoffentlich bleibe ich gesund. Hoffentlich bleibt Mama gesund. Wir sind eher in diesem Überlebensmodus als in so einem Füllemodus, weil wir A nicht trainiert sind in der Gesellschaft. Das ist gar nicht eine Idee, die ihr mit Great immer mehr reinbringt. Warum ich Great auch so geil finde. Und das Zweite ist rein psychologisch. Wir Menschen sind einfach so konditioniert, dass wir uns eher damit beschäftigen, Schmerz, die Spinne zu vermeiden, als uns auf das Eis zu konzentrieren. Und wie du das verändern kannst, ist eben dadurch, dass du dir bewusst machst, ja, du kannst gerne die Probleme wahrnehmen, aber du musst dich nicht dem Problem komplett widmen, sondern dass du als Balance reinbringst, deine Vision, deine Eiscreme. Mehr Eiscreme für alle. Mehr Eiscreme für alle. Franziska, wir dürfen noch nicht zu viel verraten. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber tatsächlich stehen spannende Projekte an. Wir haben uns gemeinsam vorgenommen, deine Arbeit, die du jetzt seit 20 Jahren zum Teil im Kleinen, die letzten Jahre schon immer im Größeren sozusagen auch anderen Menschen zugänglich machst, nicht nur Moderatoren, Schauspielern und Profisportlern, sondern sozusagen für jedermann zu eröffnen. Und da haben wir spannende Projekte vor. Willst du schon ein bisschen was verraten, was wir vorhaben? Ja, also ich bin sehr fasziniert. Ich freue mich sehr, jetzt auch wirklich mehr Menschen erreichen zu dürfen mit der Arbeit, jetzt nachdem ich so viele Jahre so schöne Ergebnisse habe. Und wie gesagt, es ist wirklich für jedermann. Also wir hatten schon eine Frau, die war 87 Jahre alt, die jüngste war 16 sozusagen. Und das macht einfach so einen Spaß zu sehen, wie die Menschen einfach endlich lernen, keine Frage mehr über sich zu haben, sich wirklich selber zu mögen, eine gesunde Beziehung zu haben. Denn im Grunde genommen, das, was ich mache, ist, dich dabei zu unterstützen, dass du einfach eine immer schönere und bessere Beziehung mit dir selber hast. Und das ist nicht egoistisch, das ist super gesund. Und das zu beobachten, das zu begleiten, die Menschen dann in dem Moment, wo sie sozusagen aus dem Schmerz rauskommen, sich endlich heilen und eine tolle Beziehung mit sich selber haben, dann passiert was ganz Wundervolles, dass wir wieder die Energie haben für die Eiscreme. Wir haben wieder Energie zu sagen, Mensch, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Und was sind eigentlich meine Kindheitstraume gewesen? Und wo könnte ich diese Energie reinstecken? Und das ist wirklich, das ist so the magic, wenn du Leuten, und wenn ich das noch sagen darf, ich arbeite auf drei Ebenen, sozusagen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und zuerst gehen wir immer erstmal in die Vergangenheit. Die gilt es wirklich vollständig zu machen. Da gilt es wirklich hinzuschauen, zu gucken, was kann ich tun, um damit im Frieden zu sein. Wenn die Vergangenheit wirklich vollständig ist, was möglich ist, dann passiert was ganz Irres, dass wir auf einmal viel mehr Energie haben. Und das ist etwas, was viele Menschen haben. Viele Menschen sind chronisch müde, chronisch am Ende, die können nicht mehr. Und wir sind nicht müde, weil wir zu viel machen. Wir sind müde, weil wir Dinge tun, wo unser Kopf sagt, der Verstand, das will ich nicht machen, das sollte ich nicht machen. Kinder werden nicht müde im Sandkasten, weil die sagen, boah, ey, Alex, ich habe heute irgendwie acht Stunden eine Sandburg gebaut. Also ich bin total gestresst. Und die kommen nicht am nächsten Tag zum Sandkasten und sagen, oh Gott, also gestern habe ich so eine tolle Sandburg gebaut. Ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal schaffe. Kinder haben das nicht, weil sie lieben, was sie tun. Und was bei uns passiert, Stress kommt nicht von zu viel machen. Stress kommt, weil wir denken, ich will das nicht tun. Ich will nicht hier sein. Ich will das nicht machen. Und es kommt von mangelnder Zustimmung, deswegen gehen wir dann in die Gegenwart und wir lernen und wir trainieren, allem zuzustimmen. Wir trainieren, auch den blöden Dingen zuzustimmen. Heute ist halt ein Scheißtag, der Chef ist doof, meine Partner oder mein Partner ist nicht gut drauf oder die Kinder haben in die Ecke gekotzt oder was auch immer. Und wir lernen wirklich zuzustimmen, was wieder sozusagen total viel Kraft freisetzt. Und der dritte Punkt, und der ist wirklich auch sehr entscheidend, ist, dass Menschen wieder eine Vision entwickeln. Und eine Vision für mich ist ein emotionales Bild von deiner Zukunft. Etwas, wovon du nicht, du kannst es kaum erwarten, diese Realität zu leben. So ein bisschen so wie nach Weihnachten als Kind, wenn du Geschenke von deinem Papa bekommen hast. Bei dir war es damals das Polizeiauto. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Bei mir war das so, wenn die Geschenke da waren, man musste dann schlafen gehen, dann dachte man, der Wecker wurde um 6 Uhr gestellt und ist sogar noch früher wach geworden. Und man konnte gar nicht genug davon kriegen zu spielen. Und da kommt Schauspielerei und Coaching zusammen. Das Leben darf wieder ein Spiel sein und es darf leicht sein. Aber dafür muss man auch den Dämonen mutig die Stirn bieten, damit sie ein für alle Mal weggehen. Franziskus, vielen, vielen Dank. Haltet die Augen und die Ohren auf, wenn du mehr über Franziskus und unsere Arbeit erfahren möchtest. Spannende Projekte werden gerade vorbereitet und du kannst dich wirklich auf Großes gefasst machen. Lieber Franziskus, vielen, vielen Dank. War mir immer sehr inspirierend und ich freue mich, mehr von dir zu erfahren. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Einzelnen. Vielen Dank.